weil ich hatte nur noch 0 hungerkollen um genau zu sein und nur noch ein halbes herz keine ahnung aber na gut dann ja ich muss von vorne anfangen also ich habe meinen ganzen sachen verloren ich habe ein haus verloren und mich hat ein zombie gekillt weil mein internet die scheiße war okay wird eigentlich hier den dings hin gewahrt war tobias mit ihnen mit den bieten ich dachte das war kommen also mir war gesagt dass es kommen war ja das bonn hat er mit tobias also mit diesen smarto geboren ich war diesen bieten hat wie es der andere dieser hingesetzt du weißt ja okay dann habt ihr denn hier irgendwie eine stadt oder so dass ich mal was sehen kann ich bin ja total aufgeregt ich sehe das hier auch zum ersten mal das ist das einzige was ich gesehen habe vor der aufnahme ist das hier einfach nur den ganzen sporn nächsten stadt haben bis jetzt noch nicht gebaut wollten wir eigentlich machen für die leute die bei uns mitmachen sind wir aber nie dazu kommen ich habe ja schon gehört dass kommen zum beispiel schon ein riesiges haushalt aber das wäre natürlich auch ein bisschen spoiler habe ich glaube nicht dass wir jetzt die gleichen zuschauer haben sie sagt ja wie gesagt ich habe ein haus verloren extrem weit weg im sporn und da bin ich gestorben das ist scheiße ich weiß ich weiß nicht so von anfang weil da anfang war mir richtig scheiße war wie weißt du ungefähr wo andere gebaut haben oder so ich habe ein nicht die ich habe ich gucke wie gebaut habe ich habe mein egal ja mir hält es war draußen und hat bei mir komische geräusche naja ich habe gerade so ein kleines klären würde also ich weiß nicht genau das war aber ich weiß dass du meinst ja gut gehen wir mal von dem positivsten aus dass es vielleicht lotterie vor der tür war ihr habt gewonnen kann ja bestimmt das wäre ich cool so also ich wollte ich hier warum in alten stelle ok also hier habe ich am anfang was gemacht ich glaube ich gehe auch nicht so weit vom sporen damit ich nicht wieder in ausverlieren sagt man darf man ja eigentlich so zeitraffer oder sowas ein ja eigentlich schon auch wenn es nur so kleine sind wie zum beispiel holz abbauen oder manchmal so wenn ich zum beispiel einfach nur in der folge so holz farme oder so dass ich da vielleicht so keine ahnung so zeitraffer ein bau oder so ja das darf man machen was die regeln hat schon erklärt kriegt oder jaja also größten teil der regeln habe ich schon aber zeitraffer wusste ich jetzt halt noch nicht das hat mir auch generiert also ich schätze mal das darf man weil darüber wir auch nicht geredet okay dann fange ich jetzt erstmal mit dem neuesten an was ich eigentlich machen kann brauchst du einzeln oder brauchst mit anderen zusammen also wenn ich jetzt natürlich wüsste wo die anderen bauen dann würde ich da auch mal vorbeischauen und zu gucken was sie machen aber ich weiß es halt nicht ja auf jeden fall ich glaube also tobias also nicht so wie es nicht die smartos und dann tobias kennst du überhaupt schon in einer tobias kenne ich noch ja okay der wohnt auf jeden fall in der hülle muss man die folgen von dir angucken dann weiß ich wo die wohnen also von kommen habe ich jetzt nur gehört also seine folge habe ich jetzt noch nicht geguckt hat ja auch noch nicht so viele weil er auch gesagt hat dass es mit den sand mails immer gar nicht so einfach ist hinterher zu kommen deshalb vor produziert er machen tun am besten das deutsch von mir ist ja ich bin aber mal gespannt was mich hier so alles erwartet und das projekt bisher sehe ich einfach nur vanilla minecraft nur aber das ganze habe den spawner gesehen da scheint sich schon was getan zu haben bei euch ja also ich habe auch keinen plan wie lange dieses projekt gehen wird oder wie lange das server hält er ist ja mit mit nitrado läuft daher ja ja vielleicht wird sie auch verlängert wenn alles sehr gut läuft ich weiß es ja nicht also dachte jetzt dass du schon jetzt so alles weiß sie über das projekt und so ja okay halbwegs so ein bisschen so ja weil die meisten besprechen der ist schon am meisten gemacht in dem projekt überhaupt das war dieser also tobias ich muss die namen auseinanderhalten von tobias tobias also tobias nicht tobias sondern tobias ja den du nicht kennst der hat schon 20 diamanten ok na ist wenn ich schon recht viel weil ich nicht mal ein eisen zurzeit habe ja müssen schon sechs minuten um das ist sehr gut bei mir sind jetzt zehn ich habe ich habe bisschen später angefangen ja ich habe ja auch schon davor schon die aufnahme schon gestartet gehabt warten wir mit eltern rufen mich immer in der aufnahme in deiner aufnahme das ist der beste zufäll den man immer haben kann naja gut also wenn der mal ganz kurz weg ist wieso werdet ihr in der aufnahme vielleicht nicht hören oder was sie ja gerade was ich hier gerade alles über das ist privat das cool ne es ist das coole wenn man ihnen eine aufnahme ist das habe ich schon immer so bei youtube fasziniert wenn man ihnen eine aufnahme kriegt man immer alles mit außerhalb einer aufnahme man irgendwie immer nur die hälfte mit müsste man so ein backstage einfach mal machen so immer so ein backstage video zu jedem richtigen video das geht zwar nicht immer aber man kann es immer versuchen also ich werde es mal versuchen ob es vielleicht jetzt immer machen kann als spiel das was ich jetzt hier einfach rausgeschnitten hat das werde ich natürlich nicht rein machen das und private unterhaltungen deshalb werde ich die auch draußen lassen ja bin wir da okay ich habe gerade ein bisschen darüber geredet dass man vielleicht zum backstage machen könnte so ein backstage wie man ein video eigentlich so macht weil das was man im video sieht ist ja meistens immer nur für die hälfte also ja brathähnchen als kröder hier sieht man auch gerade ich spiele gerade mit dem nestinator pack link unten in der beschreibung nest ist auf jeden fall cooler typ und hier statt dem apfel bekomme ich die team tomate ist eigentlich für survival games geplant das plug-in das plug-in aber ich glaube ja schon scheiße also wie ist das pack aber ich benutze es einfach hier ja das war's ja ja wo bist du überhaupt auch ich bin schon so ein bisschen weiter gegangen richtung berg und kill hier so ein paar hühnchen auch so in der hoffen dass es genügend eier gibt bei tobi oder tobi und kai und so naja wer weiß ja okay ich hier nicht wenn ich das volk oder bist du ich habe vorerst gemüsste ähm texture und ich bin ganz schön gespannt jetzt auch noch in den nächsten folgen die erste folge ist einfach nur so eine laber folge anfangs folge keine ahnung was ich bin ganz schön gespannt jetzt auch noch in den nächsten folgen die erste folge ist einfach nur so eine laber folge aber in den nächsten folgen werde ich dann auch mal gucken wo die anderen bauen oder wie sie vor allem bauen also ich bin da auf jeden fall mal gespannt alleine bauen ist auch dumm aber gut wenn man natürlich nicht weiß wo die anderen sind ne dann warte ich eben bis ich weiß wo die anderen sind und dann baue ich erst mein haus und ich bin ja fast tot auch gut mal auf was spielten das jahr ich sehe ein haus ist auch normal ich sehe ein haus und welches keine ahnung es ist groß weiß episch nervt ich bin fast tot halbes herz hätten noch eine schießen müssen und ich bin tot gewesen ich muss mal etwas nützliches machen als die ganze zeit die scheiß ding zu töten oh mein gott also wem dieses haus hier gehört weiß ich auch nicht und deshalb ist auch ganz gut so kann ich wenigstens nicht spoilern wenn man nicht weiß wie immer das haus gehört ist auch kein spoiler also schon praktisch ok ich bin recht tot das ist ja jetzt auch nicht wie ich hier reinkommen da vorne ist ein skelett das wird mein sicherer untergang sein das ist mein sicherer untergang nur zwei herzen boah ich bin so gut wie tot ich baue jetzt hier einfach mal so ein obergen das weiß ich jetzt natürlich nicht oh Alter meine Eltern nerven so du sagst mal darf ich denn jede beiden lieben Kai etwas abfahmen und ihm in die Truhe tun bei ihm hat bei ihm etwas abfahmen naja ich lieg's ihm ja in die Truhe also dann müsste es eigentlich okay dann weil normal weil ich dafür nichts aus der Truhe rausnehmen naja also steht man sagt ja man darf nichts aus den Truhen rausnehmen wenn ich was in die Truhe reinlege solange es nicht irgendwelche erde blöcke sind die umgenannt worden zu kacke also ja warte mal kurz wieso nervig ist alle hat das hier mal rein so ich glaube ich habe es weiter ausgefunden was du meinst ja und die haben hier aber alle schon schon gefahren ich weiß ja nicht ob ich in die Truhen reingucken darf ja reingucken darf man aber nicht rausnehmen ach so ja okay ja ja die haben auch schon einige dungeons hier gefunden sieht zumindest aus ich meine Iron Horse Armor naja da war schon jemand hier aktiv ich schätze mal das ist ähm von Dings das Haus nein 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 das ist von Kai ja meinte ich doch von Kai alter ich bin nicht tot da steht hier auch vorne schön dran so call of mine hd oder ohne hd keine Ahnung wie es da dran steht es steht auf jeden Fall was dran okay ich muss mich irgendwo kurz verstecken weil ich nicht tot bin und bei mir gerade ein Krieg wenn der dürfte und ich verungere gleich ne kaputt oh alter die Zombies waren mal wieder so inkompetent die sind die ja in den See reingefallen ich habe es glaube ich gerade was gehört ja zunächst die Creeper macht nichts kaputt ja ja ich glaube das selbe was du willst was ich ja nämlich gerade irgendwie was lustig ist im Hintergrund ja es ist mein kleiner Bruder ich kriege ihn gar nicht aus dem Zimmer raus und die Andi musste ich gerade darauf aufpassen aber ich wollte die Aufnahme beenden also nicht nicht so stören das von denen er ist ein bisschen behindert und ich bin tot weil ich nicht aufgepasst habe das habe ich gerade gesehen weißt du noch ungefähr wo es war? müsste da soll ich dich da hinlosen okay äh ich muss jetzt sowieso die Aufnahme beenden weil ich mal den Mut auffassen muss und ich bin schon drüber okay ja gut dann äh komm mal zurück zu seiner Stelle dass du noch deine Items wieder aufsuchen kannst ja ich glaube ich habe einen Weg gefunden ja müsste eine Brücke sein ja hast du es gefunden oder hast du es nicht gefunden das ist dir die Frage muss ich selbst mal gucken äh ich glaube ich habe es nicht gefunden meine Chancebank dann sammelle ich mal schnell einfach deine Items ein damit die nicht die spawnen so ich hole dir jetzt nur meine Chancebank rum weil ich die auf 32 gestellt habe okay also ich baue jetzt hier auf jeden Fall in der nächsten Folge direkt neben dem komm also nicht direkt also so am anderen Ufer aber so dass man die beiden Häuser noch gut sehen kann damit die auch langsam so eine kleine Stadt entsteht weil es so dumm wenn alle anderen Ende der Welt sind noch kein Bruder nervt okay die Geschwister ja naja gut ja auch das ist das hier in der nächsten Folge auch schon alles geschafft ey warte Michael ich bin was lustiges am Ende okay es war nicht lustig ist aber ich habe ja echt ich habe so ein äh so ein wer ist nun mal äh so ein Audio Manager ja so eine Soundkarte ja mit der kann ich äh so als verschiedenes einstellen und so also gar nicht stimmen und so verändern auch deine Stimme okay ist mega lustig warte ist er denn frei zum Download oder gehört er irgendwo zu ne der ist schon zu meinem PC dabei der war schon drauf ins C das ist ein Treiber eigentlich von AMD okay äh Asus ist das das ist ja schlimm wird sogar lustig an okay ich habe auch einen Asus also vielleicht sollte ich ja nachher mal meinen Rechner durchsuchen ob ich da vielleicht irgendwie noch was habe hä vielleicht sollte ich nachher nochmal meinen Rechner durchsuchen ob ich da noch irgendwie was habe und da würde ich sagen wer ist das von der Aufnahme jetzt auch schon ich meine eingeführt bin ich ich weiß immerhin wo Kai wohnt von daher wärs das eigentlich für diese Folge möchtest du noch irgendwie was sagen oder so Moment äh naja warte mal Moment ähm ja ich bin heute echt am verkacken bei Minecraft Day hab gar nichts geschafft irgendwann gestorben und meine Sachen wieder verloren auch wie durch aufgesammelt aber trotzdem das möchte ich nicht sagen zwar auf jeden Fall ein nicht so erfolgreicher Tag zumindest für die Zuschauer ja ja was will man machen für mich was ja auch nicht effizient ich meine ich bin ja nur hin und her gelaufen und hab mir so ein paar Sachen angeguckt aber vielleicht mache ich noch einen Holzfarben Zeitraffer jetzt wo ich weiß dass man Zeitraffer machen kann und dann wärs das aber auch für diese Folge und dann würde ich sagen willst du noch etwas sagen ne hab ich schon okay dann haut rein und ciao ciao ciao